ghostlead neuer tag neues glück was los neuer tag neues glück genauso wird gemacht ich hörte wir haben neue aufklärungsdaten ja die wir uns leider erst noch beschaffen heute ist es echt heiß ich konnte unter der uniform einfach nicht mehr vernünftig arbeiten ja ich musste mir auch komplett meine wechseluniform anziehen ihr sieht ein bisschen anders aus aber es ist auch ein kleines bisschen luftiger als unter diesem tarnnetz dingens kirchens das steht definitiv fest aber es bringt ja halt auch was ein bisschen langsamer geschwindigkeit unternehmen davon ist noch nie das fahrzeug sind sie gestürzt alles okay bei ihnen die motorradgangs sind ja ganz schön was bestimmt auch schon davon gehört ja problematik ist und jeder fahrzeug ist immer noch voraus sagen wir halten einfach ein bisschen abstand aber ein bisschen zeit für smalltalk weißt du schaffen wir es bis weihnachten doch nach hause es kommt ganz darauf an wie wir uns hier schlagen was das hq für uns noch geplant hat definitiv werden wir operation kingsley erst mal komplett ausführen müssen das heißt unser oberstes ziel l swenier um an den ranzukommen dass man auf seine admirale lieutenants oder captains oder wie auch immer die stellung in dem kartell ist ausschalten leutnant wahrscheinlich ich hab was auf das fahrzeug nach der wende ich hab mich sowieso warum die uni da etwas gegen uns hat die problematik wird einfach sein dass das kartell gegen amerikaner hat dazu noch amerikanische spezialeinheiten die in das geschäft versauen wollen geschwindigkeit müssen raus ziel ist auf der linken seite kartellfahrzeuge ist es jetzt schneller gesichtet das sind leute offensichtlich mit brille ich sehe aktuell keine weiteren ziele außerhalb moment sofort dabei er ist nicht im blick er bewegt sich war der kopf schalter aus wechselposition schaltet den nächsten gleich nachfolgend aus mit denen am auto kann ich entfernen ja gut ok leiche entdeckt kam gerade einer in die garage rein hat seine zwei toten kollegen gefunden geseitigt scheint ruhig zu sein ich schalte einfach noch mal auf der waffe montieren ich leute noch scheiße ich habe mein schluss gehört alles easy hier ausgeschalten scheiße hier keiner weiter zu befinden erledigt waffenkiste achtung oh gott da war ja doch noch einer er hat sich nicht bemerkbar gemacht arsten nein nein der ist irgendwo draußen ich bewache gerade die tür falls er hier herkommt ok gehe außen rum den ok waffenteil und information ja wachsam bleiben wachsam bleiben ich habe noch einen gehört Achtung Uni das Fahrzeug auf dem Radar Achtung deaktivierer Radio könnte ich jetzt noch eins wie gesagt Echo bleibt wachsam wir haben ja noch irgendwo einen Marco in der Nähe hab ihn leichten Treffer eingesteckt aber alles gut ok ich sichere die Daten ich sehe den Nachschub wo ist er denn der Nachschub wahrscheinlich oben ok markieren wir jetzt hier auf der Karte Achtung Helikopter Achtung Helikopter ok lass uns mal Puh so fängt der Tag ja gut an definitiv jetzt müssen wir nochmal schauen dass wir Kokain Labor finden da habe ich ja mal einen kurzen Schluck aus der Feldflasche verdient eigentlich eine wunderschöne Landschaft hier dieses Land äh in diesem Land und dann ist es mit dem Drogenkartell verschuddelt würdest du hier Urlaub machen? ich würde hier Urlaub machen ich würde hier wandern gehen wunderschön das ist ja auch oft gutes Wetter ab und zu mal hast du auch richtig beschissenes Scheißwetter das einzige was mich hier wirklich stehren würde wäre die ganze Radios und DJ Perico ok sie befindet sich bei dir auf der rechten Seite mhm ich sehe es sehr interessant aber ich würde hier nicht mit dem falschen abspringen ich lande erstens im Wasser und zweitens ich würde hier an der Landzunge den Vogel abstellen ach 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 vorsicht zwei Boote für zwei Mannen das so ausgezeichnet ok wir haben bereits zwei Tangos gesichtet ja ok es handelt sich wir haben eine Aguverde Charlie ist ein Teil von den Pien der Aguverde kleine Inselgruppe die eigentlich zu einem anderen Gebietsteil gehört die Frage ist es handelt sich noch ein Ziel von wo wir so wie wir vorgehen wollen da oben befindet sich auch ein Scharfschützer mhm 200 Meter entfernt schwierig zu treffen von hier aus mhm ich nehme doch einmal die Drohne noch ein Scharfschützer pf dort hinten ist ein Helikopterlandeplatz mhm dann lass uns erstmal da ran fahren und gucken was wir das machen können ich würde vorschlagen wir nehmen die Boote und fahren rechts rum ja oh positiv ich kann von dem Boot aus meine Drohne starten ja ja aufpassen ein Scharfschützer befindet sich hier rechts direkt über uns oh gott oh gott noch ein Scharfschützer über uns ja fahr weiter noch hat er uns nicht entdeckt ok da oben ist eine Scharfschützenposition wir wurden entdeckt und wenn du ein Stückchen zurückfahren könntest könnte ich ihn ausschalten ich bin bereits aus dem Boot raus ich hab das Boot verlassen ja ich hab's ja gesehen aber ich hätte ihn halt direkt ausschalten können das wäre super gewesen das war richtig ahhhh ok ich mach trotzdem noch meinen Drohneinsatz ja ich brauch schon ewig nicht mehr klettern mag man ha so da kann man auch mal klettern und wandern gehen das war mein Scharfschützer ok ich lege mich hier oben auf den Stein in Position ja das kann schon was los mhm da haben wir schon unser Scharfschützennest da oben wo die standen mal genauer an ok kann wieder hoch ok wurde fast entdeckt aber jemand nimmt mir die Ziele Scharfschützer Nummer 1 ok gib mir einen Moment ok hier komm ich sag doch das Klettern ist schon eine Weile her ok ich lege mich hier oben den Scharfschützenpunkt noch ein Tango noch ein Tango er ist wirklich richtig Party ok ok Moment diesen hätte ich auch im Ziel ähm ok ok die 2 habe ich im Ziel 1 habe ich sehe ich nicht und du 1 ok ok Feuer höchst professionell sage ich dazu mal ok ich schalte den Narko auf dem Steg aus den hier Moment den sehe ich ja ne ja eigentlich war es mein Ziel ich wollte dich gerade fragen ob du unten links den nehmen kannst und zwar den nein den äh oh doch jetzt könnte ich ihn gleich nehmen ja Geduld ist eine Zukunft dass ich hier noch nicht entdeckt wurde ist echt ein Wunder hier steht mir einer direkt gegenüber ok Ziel Nummer 2 habe ich immer noch im Blick Perfekt das war diesmal meiner wie sieht es aus mit den 2 Kollegen ja den oberen sehe ich ja 200 Meter entfernt ist halt schwierig ich ich kann es versuchen am besten wir schießen beide auf den oberen schon erledigt ich lade nach ok den unteren habe ich leider nicht im Blick da ist er immer eine Metallplatte im Weg siehst du den? Moment den sehe ich aber hier sind noch andere Tangos ja ich hätte den zweiten ausschalten können also ich habe die eins noch im Blick Moment Feuer sauber wunderbar absolut wunderbar oh da unten ist noch einer unterwegs das ist ein zivilist ok ich schicke nochmal da ganz kurz eine Aufklärungsdrohne raus ich bleibe auf Vorobachtung gut ok Drogenlabor ist soweit sicher bleibst du auf deine Position mhm soll ich beobachten mit der Drohne du kannst auch gerne ins Labor gehen wenn du möchtest mhm kann ich auch tun ok dann gebe ich dir von hier oben aus Decke schau mal ganz kurz drüben ok ich rücke vor zum Steg warte kurz warte kurz ich habe gerade noch eine zweite Darmesignatur bei mir auf dem Bild ok ich sehe dich mein Freund ausgeschalten ok ich habe dich zivilist im Haus ok ich habe dich in der Umgebung ist soweit in der Umgebung ist soweit safe sie sollten hier lieber raus gehen ähm was soll ich hier eigentlich tun ich bin jetzt hier drinnen aber Gasflasche öffnen Gasflasche öffnen in den Laden in den Laden abfackeln ok pass auf wir machen das folgendermaßen ich werde eine Granate reinwerfen am besten oder oh verdammt abgerutscht ja es war echt klitschig hier am Steg also Achtung geht los Granates raus ich glaube bei mir ja ne da fuck ok das ist eine hartdeckige Glasflasche ok achso das war eine viereckige Glasflasche ok Gasflasche ist geöffnet ich muss den Sicherungskasten noch kurz schließen naja äh einfach mal ein paar Drähte zusammenstecken geht schon ok ich entferne mich wieder solltest du auch kleines tun noch schnell aufmunitioniert und dann geht's ab dafür tja ich warte mal noch auf den großen Knall ähm ich geh nochmal hin wow oh oh heilig vielleicht war es ein wenig verzögert alles ja und noch ist alles gut dann würde ich sagen zurück ins Boot und und abba wie war das mit den letzten Kletterstunden schon eine Weile her bis zum baut bis zum baut bis zum Bis zum nächsten Mal.